Kung-Fu, wir wollen wieder spazieren gehen. Und wieder regnet es. Oh, was machst du denn jetzt? Komm, wir müssen rausgehen. Ich sehe dich trotzdem, auch wenn du mich nicht siehst. Super, komm mal her. Wir müssen aber wirklich rausgehen im Regen. Wie, wo willst du denn hinpinkeln? Hä? Ne, wir pinkeln nicht in die Blume, oder? Wir gehen raus zum Pipi-Machen. Okay, hast du jetzt fertig Pipi gemacht? Super.